und von projekt starock aber ihre information wiesen in die richtige richtung dann machen wir weiter wie geplant hallo captain ist das der neue pilot wertvolle verstärkung für die staff nicht wahr in der tat gute arbeit mit agents von du hast vorherige leistungen um verzeihung ich bin mit deiner akte so vertraut dass mir entgangen ist dass wir uns noch gar nicht begegnet sind ich bin lt 514 imperialer geheimdienst gern wird ich deine leistungen der kommenden mission analysieren captain carroll sollen wir diese besprechung fortsetzen die informationen von agent thorn waren gold wert wir wissen dass ein konvoi mit ingenieuren der neunen republik von hosnian prime zur geheimen basis von projekt starhawk unterwegs ist die vorgesehene route führt sie durch das umkämpfte gebiet von de zevro laut unseren aktuellen informationen wird der konvoi versuchen seine anwesenheit in einem trümmerfeld zu verbergen folgt dem konvoi durch die trümmer und lasst ihn in den hyper raum entkommen wir werden dann alle möglichen zielorte auf ihrer flugbahn berechnen um projekt starhawk ausfindig zu machen man darf euch auf keinen fall entdecken wir können es uns nicht erlauben diesen konvoi zu verlieren imperiale streitkräfte vor ort wurden angewiesen sich nicht einzumischen sobald der konvoi das trümmerfeld durchquert hat wird das system verlassen und uns den weg zum versteckten hauptquartier weisen sobald wir ihre sprungrichtung kennen kehrt ihr zur overseer zurück und bereitet euch auf einen weiteren einsatz vor der tie reaper ist ein modell das speziell für die unterstützung einer staffel entworfen wurde macht den feinden das leben schwer diese ausrüstung legt feindliche jäger mit ionenlasern ich habe außerdem störtechnisch überall trümmer was ist denn hier passiert captain amos ist blutdürstig er hat die rebellen über der sephro in so manches sinnlose gefecht gelockt und dabei wohl mehrere zerstörer verloren wenigstens bleiben wir durch sein vorgehen unentdeckt zusammen bleiben und abstand halten der konvoi darf nicht merken dass wir ihn erfassen verstanden der störe von titan drei wird es dem feind schwerer machen euch zu erfassen nutzt ihn weise wir sind unsichtbar nutzen wir die trümmer als deckung und nähern uns dem konvoi aber vermeidet zu schub es gefährdet unsere mission derart zu fliegen klug ganz schöner aufwand nur um rebellen ingenieure zu beschützen warum zerstören wir ihn nicht und verhindern dass diese schrauber jemals ihr ziel erreichen geduld von drag wir haben reichlich neue ziele sobald wir projekt starhawk ausfindig gemacht haben ja sie haben recht reißen wir lieber die wurzel aus statt nur das wachstum zu verlangen fliege zum nächsten trümmerfeld und bleib außer sicht r eh an r r r r r r Das war's für heute. Du näherst dich zu schnell. Auversier, in Position. Langsam, Titan. Habt Geduld. Erinnert euch an das, was wir in der Schlacht von Vashar gelernt haben. Wie könnte ich das vergessen? Wir lassen sie erst dann unsere Macht spüren, wenn der richtige Moment gekommen ist. Achtung! Der Sternenzerstörer Tormentor tritt in der Nähe des Trümmerfeldes aus dem Hyperraum. Oh nein. Das kann nicht sein Ernst sein. Captain Amos, was hat das zu bedeuten? Ihr lasst unsere Feinde entkommen, Captain Karen. Ich werde diese Glade nicht walten lassen. Raketen abfeuern! Wir dürfen den Konvoi nicht verlieren. Titan, schieß die Raketen der Tormentor an. Captain Amos, Sie kompromittieren eine heikle Mission. Heikel. Wir sind im Krieg. Das Ausräuchern dieser neuen Republik ist die einzige Mission. Schnell, Titan 3. Zerstöre diese Raketen. Dieser Vollidiot! Der Konvoi weiß von uns. Jetzt können wir ihren Sprung nicht mehr nachverfolgen. Habe überlegt. Die Tormentor wurde erheblich beschädigt. Sie ist immer noch in der Lage, ein paar Rebellenschiffe zu zerstören. Alle die Trümmer sind der Beweis dafür. Ich kann Thai-Jäger sehen. Zerstört sind sie. Sie sind ihre, wie ich vermute. Jeder Sieg hat seinen Preis. Der Licht ist das Bier! Konzentration! Haltet den verstreuten Konvoi auf! Die Tormentor feuert eine weitere Raketensalve. Der Konvoi wird zerlegen. Der Konvoi wird zerlegen. Das war die letzte Rakete. Amos weiß, dass er seine Zeit verschwendet. Gute Arbeit, Titan. Rebellentransporter auf dem Weg zur Overseer. Sie springen in den Hyperraum, bevor unsere Ionenkanonen bereit sind. Haltet sie auf, Titan! Titan, X-Fügler auf dem Radar. Titan 3, deaktiviere die Konvoi-Schiffe mit deinen Ionenlasern. Wir decken dich. Attackiere dieses Ziel! Benichtet das Ziel! Benichtet das Ziel! Bin getroffen! Der Ionenbeschuss zeigt Wirkung. Drei hat den ersten Transporter ionisiert. Jetzt nichts aufhören. Captain Carol, die Transporter sind außer Gefecht. Hervorragend. Ich intende Lambda-Shuttles, um an die Navigationsdaten zu gelangen. Wir beschützen die Shuttles. Das solltet ihr auch. Dank Captain Amos können wir Projekt Starhawk nur finden, indem wir die Navigationsdaten an Bord bergen. Shuttle ist erreicht. Also los. Weitere Starnjäger auf dem Weg. Mein Ziel anbrechen. Jetzt vernichten wir Sie. So, ist es richtig. Shuttle wird beschussen. Kapitän Amos, wir verlieren diese Schlacht. Die Stärke des Imperiums wird sich immer durchsetzen. Bitte ziehen Sie sich zurück. Und einen makellosen Ruf beschmutzen? Ihre Waffen sind unterlegen, Sir. Weil Sie meine Raketen abgeschossen haben. Shuttle die Shuttles mit Schwingen. Nun gut. Ich will damit nichts mehr zu tun haben, Captain Amos. Oh, dann wird der gesamte Romier gehören. Shuttle-Team, auf euch bereit, auf Bord zu gehen. Stellt die Daten sicher und findet heraus, wohin diese Schiffe wollen. Erledigt die übrigen Rebellen. Die Hintermannschaft ist im Transporter. Bereithalten. Sie sind erledigt. Ich wurde ins Visier genommen. Ich würde sagen, du schuldest mir was. Du bist ein Beispiel imperialer Überlegung. Jetzt haben wir Ruhe vor den Sternenjägern. Vorerst. Overseer ist bereit, das Shuttle-Team an Bord zu holen. Titan III, beschütze sie. Titan, die Rebellen haben eine weitere Jägerstaffel losgeschickt. Jetzt sind sie wirklich verzeichnet. Wir erledigen die Jäger. Verteidige die Shuttle-Strike. Guter Schutz. Und jetzt beenden wir es. Es kann weitergehen. Eine Erleichterung. Hier unten verfolgen sie. Gib dem Schuttel einen Sch esque 아파. Sehr gut. Jetzt mache ich sie fertig. Marketing für meine Ziele. Ich bin da. Los geht's. Ich bin da. Los geht's. Die Rebellen brechen ihren Angriff ab. Sie können der Overseer nicht zu nahe kommen. Daten des Konvois sichergestellt. Beginnen mit der Analyse. Captain, die Tormentor steht unter schweren Beschuss. Ihre Zerstörung steht unmittelbar bevor. Dieser Narr. Titan, kehrt zur Tormentor zurück und sichert den Rückzug. Jawohl. Hauft eure Staffel zurück. Ich brauche eure Hilfe nicht. Also ziehen sie sich zurück? Niemals. Ihr werdet den Angriff nicht überleben, Captain Amos. Gut aufpassen. Captain Carroll, die Fregatte zerbricht. Die Tormentor ist viel zu nah. Amos! Ausweichmanöver! Jetzt! Was reden Sie da? Die Fregatte wird gleich explodieren. Aber ich habe gewonnen. Er ist tot. Was für eine Verschwendung. Wenigstens haben wir was wir wollten. Titan, wir haben die Sektor-Koordinaten für die Werft der Starhawk extrahieren können. Doch der Rest der Datenbanken war leer. Der Rest wurde gelöscht, als wir gegen Captain Amos aufgeflogen sind. Wir waren nah dran. Amos hätte mit seinem Schiff untergehen sollen, dieser Idiot. Wir kennen den Sektor, was die Suche zumindest etwas eingrenzt. Er kann sich nicht ewig verstecken. Titan, eliminiert die Konvoi. Lasst Linden wissen, dass wir kommen. Die Schiff untergehen, die Schiff untergehen, die Schiff untergehen. Achtung, Paketenlagerflag ist frei. Keine Protokolle sind nicht kaputt.